Mit euch im Rücken zum nächsten Heimdreier. Gemeinsam machen wir die Void Arena zu einer Fußballfestung. Zusammen auf den Rängen und auf dem Platz. Kommt auf den Schlossberg, unterstützt unsere Mannschaft und feiert mit uns den nächsten Heimdreier. Schon am nächsten Wochenende rollt der Ball wieder in der Void Arena. Der Gegner Hülstein Kiel.